Willkommen bei JugendTV. Sicher weißt du auch, dass wenn man einen Samen in die Erde tut, daraus eine Pflanze wächst. Ein Baum, Getreide oder eine Blume. Je nachdem, was das für eine Same war. Meistens trägt diese Pflanze dann eigene Samen, die man dann wieder in die Erde pflanzen kann. So vermehrt sie sich selber und der Gärtner oder Bauer kann damit sogar Gewinn machen und sich seinen Lebensunterhalt damit verdienen. Aber, und nun komme ich zum eigentlichen Thema unserer heutigen Sendung. Im Labor wurden nun die Samen so verändert, dass wenn sie aufblühen und Früchte tragen, ihre Samen nicht in der Lage sind, erneut zu keimen. Verstehst du? Der natürliche Kreislauf ist total gestört. Die Samen wurden genmanipuliert. Das heißt, ihre natürliche Veranlagung, sich selbst zu vermehren, wurde zerstört. Somit haben die Bauern keinen so großen Gewinn von ihrer Ernte, weil sie ihre eigenen Samen gar nicht benutzen können. Für die Saat im nächsten Jahr. Und jetzt erzähle ich euch auch noch, wer so etwas Verrücktes und Unnatürliches produziert hat. Nämlich der Saatgutkonzern Monsanto. Die haben in ihren Labors Selbstmordgene in die Samen eingeschleust. Landläufig kennt man es unter dem Begriff Terminatorgen. Das machen die nur, um Bauern auf Gedeih und Verderben von sich abhängig zu machen. Denn wenn ein Bauer zum Beispiel seine eigenen Samen von der Ernte 2012 nicht verwenden kann, dann ist er gezwungen, 2013 wieder neue Samen mit dem gleichen Selbstmordgen von Monsanto zu kaufen. Es ist ein Teufelskreis, aus dem man nicht so leicht wieder rauskommt. Denn damit ist doch nicht genug. Wenn ein Bauer Saatgut von Monsanto kauft, sind damit auch langjährige Verträge verbunden, die nicht besonders vorteilhaft für den Bauern sind. Er darf dann nämlich nur noch Monsanto-Produkte einsetzen. Also zum Beispiel auch nur noch ihre Herbizide zur Schädlingsbekämpfung. Da stellt sich aber noch eine Frage. Wie lange wird es wohl dauern, bis wir Konsumenten dran sind? Bis sich diese geldgierigen Krakenarme von Monsanto auch um uns schlingen und festsaugen, so dass wir ihnen nicht mehr entfliehen können. Bitte mach mit und hilf jetzt schon allen Bauern, in denen du diese Fakten einfach rumerzählst. Warte nicht so lange, bis es dich persönlich betrifft. Vielleicht ist es dann schon zu spät. Tschüss!